Ja, das ist eine gute Frage. So, wer ist jetzt überhaupt dran? Ich komme hier völlig durcheinander. Äh, Jessi. Jessi ist gerade auf die Chefperson. Mitstürfte dran sein. Nein, Mit hatte auch was gezahlt. Achso, ja, dann bin ich jetzt dran. Nein, du hast doch deinen gerade umgedreht. Dann ist Jessi dran. Das war das erste, was ich gesagt habe. Ich weiß. Du musst doch dein Kabel noch umdrehen. Das habe ich dir gesagt. Nur mir hört dir keiner zu. Oh. Hast du die Karte? Ja. Och, du Arme. Jetzt haben wir von einer Folge auf die nächste total den Cliffhanger. Und der Frage lautet, bevor die Leute jetzt vergessen haben, wie die Frage war. Bevor die Leute vergessen haben, wie die Frage war. Was war der sexuelle Fetisch von dem Philosophen-Krinit-Discardin? Der Discardess wird dann geschrieben, aber das spricht man ja höchstwahrscheinlich nicht aus. Discardin kann auch sein. Keine Ahnung. So, jeder von euch hat noch zwei Versuche. Einfach für die Zuschauer, dass das hier noch dabei ist. Also dieser Tipp mit den Aktien war schon in die richtige Richtung oder falsch? Es geht in die richtige Richtung, wenn man das jetzt körperseitlich sieht. Ja. Also es ist nicht in südlicher Richtung. Ja. Der brennt aber eindeutig, ne? Hinterm Ohr? Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt auf die Kniehöhle getippt. Aber es soll ja nicht südlich sein. Also schon der Kopf. Ich weiß es nicht. Jeder noch einen Versuch. Einen Versuch noch nicht. Okay, gut. Es hat irgendwas mit der Benachteiligung zu tun. Oder dass ein Mann sich nicht benachteiligt fühlt, glaube ich. Sagt das so. Ja, genau. Genau, dass ein Mann sich nicht benachteiligt fühlt. Hilft mir auch nicht. Warte, ich will noch schlafen gehen. Ja, ja, kauf mal in Ruhe. Dann kann ich ja mal überlegen. Oder mal ein Türmchen bauen. Ja. Cool, ne? So. Ich baue mir ein Kartenhaus. Mitch spielt mit seinem eigenen Geld, ja. Ja, ist doch cool, oder? So sehen meine Häuser in Minecraft auch immer aus. Was, dass du mit deinem eigenen Geld gebaut hast. Natürlich, ja, klar. Nee, so unstabil. Das heißt, die Sache ist aufgedeckt. Mitch kauft sich Minecraft-Häuser bei anderen Let's Playern. Ja, ja, genau. Präsentiere die als meine eigene. Boah, Jesse, wie viele Straßen willst du noch kaufen? Ja. Jesse dominiert eindeutig. Ja, aber sie ist pleite. Ich wollte mal sagen, dafür bin ich jetzt pleite. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal, ich hab echt keine Ahnung. Ich sag jetzt irgendwas. Ich sag einfach, er stand drauf. Keine Ahnung. Wenn er eine Frau dominiert hat. So, ganz einfach. Jesse? Einen noch? Letzter? Hast du noch was, oder soll ich auflösen? Irgendwo? Wer ist, äh... So, Jesse, ich würfel schon mal. Ich überlege ja noch. Ja, würfel du noch. Vier. Ich bin für... Wo bin ich denn? Gleich bitte einmal 200 für mich. Aber erst die Ender Schist. Vielleicht kriegt er noch mehr oder muss was zahlen. You have... Ich hab gewonnen. Ja, spielt seine Hände. Da steht das doch. Ich habe gewonnen. You have won. Kannst du bitte die Hand runternehmen? Ja, schon wieder deine Hand. Genau, in meinem Gesicht. Den zweiten Platz im... Ja, weißt du, was das Geile ist? Bei mir ist meine Hand über dem Y. Ja, ja, weil du ranzoomst, ne? Oder was? Ja. Äh... Du hast den zweiten Platz in deinem Minecraft-Skin-Wettbewerb gewonnen. Ja. Ja, ich kriege 10 einmal noch dazu. Yeah, cool. So, Jesse. Drei, zwei... Ja, ich bin für anonieren. So, ganz einfach. René Descartes stand da drauf, wenn Frauen geschielt haben. Hm? Nur dann fand er eine Frau attraktiv, denn im 16. Jahrhundert, 15, 16. Jahrhundert war es ja noch so, dass Männer nicht hübsch sein können, nur Frauen können hübsch sein. Deswegen wollte er eine Frau mit einem schönen Körper, der auch ansehnlich war, aber das Gesicht sollte entstellt sein. Am besten durch Schielen. Da er sich dann absolut nicht benachteiligt. Oh, Mann. Hatte ja eine Klatsche. Dann war ich ja schon gar nicht so falsch mit meinem Blind. Nee, sag ich doch. Ja, sag ich doch. War doch alles. Deswegen habe ich euch ja noch so lange laufen lassen. Kannst du bitte deine Hand runternehmen? Nein, gleich so. Jetzt. Ich habe die zweite Aufnahme. Ich muss das auch zeigen. Ja, aber du kannst auch einfach nochmal ranzoomen, was ich zum Beispiel mache, dass du einfach scrollst. Guck mal, geht auch. Oh, Mann, oh. Mach ich nicht. Ich will, wie ich will, aber. Ja, ich weiß nicht, was Greedy heißt. Also auf jeden Fall ein Dorfbewohner. Gieriger. Oder ein Dorfbewohner. Gieriger, ja. Ein gieriger Dorfbewohner. Die macht mit mir einen schlechten Deal. Ich muss 150 zahlen. Arschloch. Kein. Scheiße. Mann, ich habe doch nicht so viel. Obwohl, Jesse kann eigentlich nicht jammern, weil das wäre jammern auf hohem Niveau mit ihren ganzen... Schön in die Mitte, ne? Ja. So eine Kacke, ey. Weil vielleicht ist Jesse ja der Gönige. Wahrscheinlich sammelt sie jetzt auch noch gleich das Geld ein. Natürlich, natürlich. Oder ich mache es jetzt. Achtung. Na, schade. Nö. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Juhu, einmal bitte bezahlen. Aber Mitch, das bleibt doch in der Familie. 18. 18. Das sind auch so tolle Beträge. Ich hasse jetzt so klein. Ja, das finde ich auch immer älzen. Eins, zwei, drei. Gerade die Einser hier, ne? Das ist echt... Jaja, immer dasselbe hier. Ich bin doch einfach hier. Was ist die denn da? Ich weiß, ich habe ausgeteilt mein Geld. Wenn du Rechtsklick drauf machst, kannst du Deal und dann... Kannst du denn zu mir Deal? Ne, ich kann nur zu Blau gehen. Oder zu Grün. Zu dir geht irgendwie nicht. Lässt er mich nicht draufklicken. Er will nicht, dass du Geld kriegst. Mitch. So einfach ist das. Ja. Jesse ist ein dritte ordentliches Zeug. Das wäre traumhaft gut. Hm. Nein. Dabei nicht. Ja, juhu. Das gibt es doch gar nicht. Warte mal, du hast eine 8, Jesse. Du standst da, ne? Ja. Ist richtig, ja. Achso, ich fahre jetzt bei der Änderung. Das ist auch noch. Ich fahre jetzt nicht verzählt. Ja, ja. Ey, Steve Sturt Baystar. Oder wie heißt das Ding? Ja, die hole ich nicht aus. Der First Base. Der First Base. Ah, dann auch noch die Lieblingsfelder von Jovo. Und ich finde sie auch richtig geil, muss ich sagen. Die sind sie auch. Das sind ja die Kackbraunen bei dem normalen Monopoli auch. Bandstraße und Turmstraße. So, ihr dürft wieder. Oh, sorry. Ja, ich bin nicht dran. Äh, 4. Oh, ich will schon nicht wieder da rein. Oh. Ja, das ist... Das ist manchmal ein bisschen eng hier. Ja. Eine Elf. Da. Sieben. Neun. Zehn. Elf. Meine. Zwei. 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 Ich will 28. Los, gib mir 28. Werd Jesse das Spiel gewinnen. Alt. Alt. Gib mir den wieder. Du musst mir leider zwei zurückgeben. Oh, nein. Also bis jetzt, äh, ja. Hä? Und 20? Ja. Und 30. Ist das relativ unausgewogen, muss man sagen. Bis jetzt, ja. Ja. Jesse muss mal irgendwo drauf kommen. Gut, aber nur weil ich viele Straßen habe, heißt das nicht, dass ich gewinne. Ihr müsst auch auf die Straßen kommen. Nein, natürlich nicht. Ja, wir müssen auch auf die anderen Straßen kommen. Aber, wenn man es so sieht, es sind ja noch ein paar Freisaußes nicht. Aber es ist ja schon ziemlich mickrig, ich mit meiner einen Straße, wo aber schon zweimal drauf gekommen wurde und zweimal gezahlt wurde. Ja, ich habe drei und bei mir wurde einmal drauf gekommen und nicht bezahlt. Ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie meine Straßen heißen. Stone Street, Oakwood, Kevin. Ah, das sehe ich jetzt erst. Jedes A ist ein kleiner Creeper. Auf den Karten. Ah, cool. Cool. Ach so, naja, das ist dieses von Minecraft auch, glaube ich, das A ist da auch ein Creeper. Von der Schriftart her, meine ich. Ja. Finde ich aber cool, dass wir das übernommen haben. So. Yes. Hahaha. Dann nehme ich wohl mal die Mitte. Sehr cool. Du kriegst deine Cola wieder. Alles wieder. Ja, ist ja sowieso ein ganzer Anteil von mir. Ich wirfte schon mal, ne? Das dauert ja. Ja, ja. 9. 2, 4, 6, 8, 9. Die hole ich mir die Dirty Bitch. Bich, nein, Ditch. Dirty Bitch. Mach das. So, dann brauche ich nur noch den Dirty Ditch und dann bis zum nächsten Mal. Zumindest ein bisschen, ne? Ja. Oh, langsam sind sie alle vergriffen. Also es sind ja noch einige dabei, ne? Aber... Ich sag mal, das Schwierige ist natürlich, Häuser bauen darf man ja nur, wenn man alle drei Karten hat. Oder alle zwei, wie auch immer, wenn man die ganze Straße hat. Ich würde es aber nicht so machen, dass wir halt sagen... Also ich würde es so machen, dass wir sagen, man darf jede Runde für jede Straße, die man besitzt, ein Haus kaufen, um das langsam steigen zu lassen. Ähm, aber man muss nicht auf der Straße draufstehen. Ja, das finde ich auch gut. Sonst dauert das hier ja ewig. Ewig. Ja. Also wir können die Regeln einfach so anpassen, wie wir wollen, ne? Denn wir sind Chefs. Den mache ich. Ich bin Game Master. Mein Spiel, meine Regeln. Okay. Genau so sieht es aus. Jove gewinnt. Ich habe gerade so drüber nachgedacht. Das war ja mal sehen. Ich weiß gar nicht, so diese Spiele aller, ähm, hier, wie heißt das? Nicht Doom and Destiny, sondern Dungeon and Dragons. Es ist diese Rollenspiele, das Schwarze Auge oder sowas, ne? Gibt es ja so. Das wäre auch mal cool. Ich sage mal, das könnte man vielleicht mal dann aber mit Webcam oder so an einem richtigen Tisch spielen. Weil da habe ich noch keine Erfahrung. Du hattest das ja, glaube ich, mal erzählt, dass du das ja mal als Jugendlicher gemacht hattest. Ich kann dazu auch erzählen, wie es abgelaufen ist. Also ich habe die SA gespielt, das Schwarze Auge. Und zwar habe ich einer schon, äh, schon im Spiel befindlichen Gruppe bin ich beigetreten. Ähm. Und durfte mir dann, äh, ein Charakter aussuchen. Und ich habe einen, was war denn das? Ich sage jetzt mal ein Hexenmeister. Ich gehe hier irgendwie so. Spezialisiert auf Albträumung und Hypnose. Ähm. War dann Level 4. Ich durfte mir schon auf Level, ich durfte schon auf Level 4 starten. Die anderen waren aber schon so Level 60 rum. Also die waren schon richtig weit. Ähm. Und wir waren auf einer Mission zusammen und, äh, ein paar meiner Freunde oder Spielkameraden waren ja dann, äh, waren schon vorher in dieser Mission gewesen. Und es war so ein klaren Penner, Alter. Ist nicht deine. Ist hier sie. Und wieder nicht was. Achso, okay. Nicht meins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ähm. Auf jeden Fall war es ja dann so, dass wir, äh, einer meiner, einer der Freunde war schon gefangen genommen worden und lag in magischen Ketten und zerstörbaren Ketten. Und ich habe mir gedacht, ich befreie den. Ja. Du bist dran, ja? Ich habe mir gedacht, ich befreie den. Düdü. Ich verstehe es nicht. Du hast noch gerade, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Du hast doch gerade gesagt, es ist doch meiner. Und du bist dran. Nein, bei deinem. Hä? Achso, ja, und da stehe ich auch drauf. Ist auch deiner. Ja. Egal. Essie lauscht meiner Geschichte. Ja. Ja, das ist echt ein bonabteil. Also habe ich meinen Mitspieler, der schon seit Wochen dieses Spiel gespielt hat. Das dauert ja immer sehr, sehr lange, so ein DSA-Spiel. Ähm, hypnotisiert, dass er super stark wird und seine magischen Ketten einfach zerreißt. Das hat leider nicht so gut geklappt und der hat beide Arme und beide Beine verloren. Mhm. Und ist dann daran verblutet. Mhm. Also bin ich von einem neutralen Hexenmeister zu einem abgrundtief bösen geworden. Bin 20 Level aufgestiegen. Essie? Aber 200 Level zurück. Wurde danach das Spiel verwiesen. Weil ich einen Typen, der das schon seit Monaten spielt, das Spiel versaut. Ich wollte nur helfen. Ja, ja, aber ist ja schon geil, ne? Da hast du dich gleich bei den ganzen, ich sag mal Nerds, in Klammern, unbeliebt gemacht. Ja, sind wir ja selber. Sind wir ja selber. Sehr schön. Oh Mann, ey. Ja, aber das gehört halt mit zum Spiel dazu, ne? Das gehört halt eben dieses Zufallprinzip da mit dabei. Durch Würfeln halt, ne? Oder Wurde gewürfelt, ne? Ja, Wurde gewürfelt, genau. Also ich hab noch ein bisschen weitergespielt und ich hab, glaube ich, auch noch den Endboss besiegt, indem ich mit meinem Schwebezauber dafür gesorgt hab, dass er seine eigene Waffe auf seinen Kopf knallt und dann hab ich das auch noch geschafft. Also ich hab das Spiel komplett zerstört. Komplett. Ich hab's so kaputt gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist, glaube ich, jetzt wirklich mal meiner. Und deswegen durfte ich nicht mehr. 14. Ja. Oh, das passt ja hier. Da kriegst du 10 und dann kriegst du 14. Ja. Juhu. Das ist die Eider los. Yeah. Ja, aber ich krieg ja bald wieder welcher aus der Bank. Apropos Bank. Es kommt wieder eine berüchtigte, gefährliche, gefährliche. Frage. Was ist, also umgangssprachlich, ist diese Bank die wichtigste Bank der Welt? Ja, schau's. Was beinhaltet diese? Gold. Nein. Schade. Holz. Eine Holzbank. Nein. Auch nicht. Die wichtigste Bank der Welt. Ja. Angeblich. Kann ja auch nicht. Ich persönlich würde sagen, ich stimme nicht. Könnte ja auch eine Trainerbank sein, ne? Ah, Parmesankäse. Parmesankäse? Ja, hier in Italien. Ja, pass auf, in Italien wird Parmesankäse in der Bank gelagert. Ja, als Wertanlage. Ja, genau. Ja, ja. Ich kenne diese Bank. Ja, aber das ist nicht die wichtigste Bank. Schade. Essig, du weißt. Also, ich sag mal, man ist sich weltweit im Allgemeinen darüber klar oder einig, dass das die wichtigste Bank ist. Fort Knox. Nein. Ich hätte jetzt gedacht wegen Gold, aber... Aber Gold war es ja nicht. Achso, hatten wir schon. Genau. Hast du, glaube ich, sogar gestellt, die Frage. Ey, ich bin dran. Nimmst du deine Fähigkeit? Ich bin dran. Doch, Mitschmerkrad. Ne, Jesse war dran. Ich bin. Brün war Jesse. Jetzt bin ich selber durch meine Frage versehren. Ja, ich krieg doppelt Geld. Jawohl, ja genau. Das ist unsere Regel. Wer auf Start kommt, kriegt doppelt. Sehr cool. Das heißt, 800, genau. 400, Mitsch. Jesse? Oder soll ich mir selber nehmen? Bist du gerade so beschäftigt. Also, wir raten immer noch... Gib mal einen kleinen Tipp. Also, es geht um etwas, was da drin gelagert wird, wahrscheinlich. Oder ist das schon zu viel, der Tipps? Es geht darum, was da drin gelagert wird. Und es ist halt... Ich kann euch sagen, wo die Bank liegt. Die Bank liegt in... In Norwegen. In Norwegen. In der Nähe von Longyearbyen. Also, auf Deutsch übersetzt, die lange Jahreszeitstadt. Am Arsch der Welt. Also, selbst für norwegische Verhältnisse liegt diese Bank am Arsch der Welt. Okay. Sie ist geschützt durch Bewegungsmelder. Radar. Würde eine Atombombe standhalten. Respekt. Mehreren Sicherheitstüren und so weiter und so fort. Und wird für sehr viel Geld das ganze Jahr über von Wachleuten bewacht. Weil diese Leute... Also, für diese Bank haben sie in der Nähe extra, ich sag jetzt mal, ein kleines Dorf gebaut, weil die Wachleute ja auch irgendwo unterkommen müssen. Und das wird alles vom Staat finanziert. Respekt. Vom Staat. Aber der nächste Tipp ist, das ist eine staatliche Bank. So, wer ist dran? Ich? Ich muss dir das gerade ein bisschen ablesen. Oder zumindest ein bisschen drüber lesen. Also, was ich nicht verstehe ist, ne? War die Straße noch frei, oder? Stoney Street. Also, ich hab das Gefühl, dass jetzt hier irgendwie gar nicht aufpassen. Doch, das war meine. Das ist nicht meine. Das ist meine. Ich hab geguckt bei mir. Aber ich wollte keinen einen Diamanten haben. Die sechs kannst du dir in die Tonne drücken. So. Hast du mit Absicht gemacht. Und da hat jetzt auch keiner drauf geachtet, dass ich hier oben stehe. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die kaufe ich. Oder? Redstone, wild road. Wild road. Ist das nicht der, den du schon hast? Ich hab gar keinen. 200 Emeralds. Du musst mal gucken, ob das die auch sind. Letzte und da ist sie doch. So, 200. 200 Diamanten. Also, eine norwegische Bank ist die wichtigste Bank der Welt. Pass auf, da wird jegliches Geld gedruckt. Nein. Auch nicht. Deutschland hat auch seine eigene Gelddruckerei. Aber jetzt ist dran. Genau. Bundesbank. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wird das jetzt europaweit gedruckt, aber mittlerweile in der EU? Keine Ahnung. Nee, dürfen nur einige. Ich weiß, du bist aus Deutschland die eigene. Naja, wahrscheinlich. Ist das wahrscheinlich auch immer noch so. So. Ich kann euch sagen, es wird nichts vom materiellen Wert darin gelagert. Also nichts, was Leute für viel Geld kaufen können. Das ist so geil. Das ist so geil. Nö, 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 nö. Dann kauf, dann kauf ich sie mir. Nein. Nein. Aber deswegen, ich stand da gerade drauf und habe mich riesig gefreut, dass mich keiner abzockt. Einmal bitte 20 zurück. Ja, klar. Okay, ich löse mal auf, weil die Folge ist vielleicht noch zu Ende. Und zwar ist das der weltweite Saatgut-Tresor. Ah, okay. Ja, in diesem Saatgut-Tresor sind bis zu 4,5 Millionen verschiedene Samenproben. Insgesamt ca. 2,25 Milliarden Samen. Das soll dafür sorgen, dass aufgrund von Überzüchtung, ETC, die Samen nicht aussterben. Dass man verschiedene Proben hat. Sollte es mal irgendwo ein Problem geben mit dem einzelnen Saatgut. Und sollte eine weltweite Katastrophe ausbrechen, nochmal ein Risiko. Ja, ich sag jetzt mal der Vesuvier. Ach, wie heißt der Park in Amerika? Jesse, ich kauf das auch. Yellowstone. Ja, der Yellowstone-Nationalpark ist ja ein riesiger Vulkan. Und wenn der ausbricht, ist die ganze Welt natürlich von Asche komplett bedeckt. Deswegen würde natürlich jegliches pflanzliches Leben aussterben. Oder zumindest stark reduziert werden. Und damit man sich danach wieder erholen kann, gibt es halt diesen Saatgut-Banken. Jesse, ich würde vielleicht gerne nochmal mit dir handeln. Aber Moment. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jo, bis gleich.